Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Bloons Tower Defense Nr. 6 Bloons Tower Defense 6, Folge 1204 müsste es sein Spaß beiseite, ich weiß es gar nicht, ey So, lass uns mal reingehen hier Wollen wir mal looen, was können wir denn machen? Ach, perfekt, ihr habt ihn gestern besiegt und jetzt ist er schon weg, ausgezeichnet So, machen wir hier weiter Machen wir hier weiter Wir machen I don't know, was machen wir denn? Ja, gut Beziehungsweise, ne, ich komm Wir starten, wir starten ruhig Wir starten hier rein Wir machen Leucht Und Luft ablassen Dann lass uns mal schauen, was hier so geht 40k Geld am Anfang So nicht, meine Damen und Herren So nicht Wir nehmen, wen nehmen wir denn? Etienne? Oder Saurab oder Esili habe ich noch nicht Da brauche ich noch 200 für Sigh finde ich eigentlich ganz cool, ne? Warte mal Wie kann ich mir nicht leisten? Wie kann ich mir nicht leisten? Und ob ich mir die leisten kann Was ist denn hier? Starte auf Runde 31 mit 40.400 Geld ohne jedoch mehr verdienen zu können Okay Ich habe keine Ahnung, was sie kann Ähm Wir haben hier einen Try-Gratus-Affen Aber wir Ich setze erst mal den Gratus-Affen So Dann muss ich mal gucken Was kann er denn? Verflucht Blutsch mit Schwelle Ach komm Komm, machen wir Machen wir nicht den Machen wir Ich bin auch manchmal ein bisschen dämlich, ne? So Okay Okay, sie kann Tarnbluts angreifen Das ist schon mal gut zu wissen Mhm Was kann sie denn noch? Erhöht Okay Schade über Zeit dauert länger Und versucht schnell Verursacht schneller Schäden Ja, du hast einen Schaden, ey So Jetzt sollte das alles gar kein Problem mehr sein hier Was kann sie eigentlich auf Level 1? Ich weiß es nicht Was kann das? Wollen wir uns das mal durchlesen? Nein? Okay Da Herzschopfen Verlangsamen Bluts ermöglicht Das Platzen lassen Violetter Bluts Und verhindert Runderneuern Für 10 Sekunden Okay Opfertotem Ein Totem Das Affen in der Nähe Vor allem Zauberaffen Enttarnungsfähigkeiten Sowie zusätzliche Durchschlaggeschwindigkeit Angriffsgeschwindigkeit Blablabla Zieht 10 Leben ab Äh Zieht Leben ab? Warum? Runde 40 Das Ziel ist schon geschafft Habe ich gerade mehr Geld bekommen? Oder Ich weiß es nicht Egal Achso dann kann Nein Oh das wollte ich gar nicht Fuck Ich trottel Ich wollte eigentlich Ach Ich bin zu blöd Oh ich bin zu blöd Der macht einen guten Job Mhm 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 Sind das eigentlich Narben Auf den Kopf Oder was Was So Bis jetzt Jo 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 Ja Jo 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Habt eine schöne Zeit, gehabt euch wohl und ciao, ciao.